Willkommen zum BNA-Test. Gemeinsam begeben wir uns auf eine Reise, um Ihre einzigartige Gehirnsignatur zu erkunden. Zu diesem Zweck bringen wir diese bahnbrechende Technologie mit. Und Sie? Sie müssen sich nur selbst mitbringen. Auf geht's! Der Test ist sicher und nicht invasiv. Zunächst setzt Ihr BNA-Techniker ein leicht angefeuchtetes Elektrodennetz auf Ihren Kopf. Während des Tests werden Ihnen am Bildschirm verschiedene Bilder und Geräusche präsentiert. Bitte reagieren Sie entsprechend den Anweisungen mit einem Tastendruck auf diese Reize. Jeder Reiz ist darauf ausgelegt, eine spezifische Gehirnreaktion hervorzurufen, die uns hilft, Ihre persönliche Gehirnsignatur zu entschlüsseln. Hier sind einige Tipps, die zu einer genauen Messung Ihrer Gehirnsignatur beitragen. Sitzen Sie bequem, wobei beide Füße den Boden berühren. Seien Sie konzentriert, aber entspannt. Richten Sie Ihre Augen auf die Mitte des Bildschirms und versuchen Sie, übermäßige Augenbewegungen sowie gesplinzeln zu vermeiden. Halten Sie Gesicht und Nacken entspannt. Achten Sie darauf, weder die Stirn in Falten zu legen, noch den Kiefer anzuspannen, da all dies das Signal stören kann. Einige der Aufgaben werden Ihnen monoton und wiederholt vorkommen, während andere anspruchsvoller sind. Konzentrieren Sie sich einfach auf die Aufgabe und machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie einmal einen Fehler machen. Es ist keine Prüfung. Bleiben Sie ruhig und entspannt. Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus und halten Sie es von Ihrem Körper fern. Informieren Sie den BNA-Techniker, falls Sie eine Brille oder Kontaktlinsen tragen. Am Ende dieser Reise verbinden wir die unterwegs von Ihrem Gehirn erzeugten Signale und enthüllen Ihre einzigartige Gehirnsignatur, die Ihnen aufschlussreiche Informationen über die Funktionsweise Ihres Gehirns liefert. Falls Sie Fragen haben, wird Ihnen Ihr BNA-Techniker gerne weiterhelfen. Bereit? Dann los!